Ich glaube, ich habe es ja selbstbestimmt, meinen Rücktritt. Und ich muss offen und ehrlich sagen, ich halte die Entscheidung nach wie vor für die richtige. Ich hatte 20 tolle Jahre hier als Vorstandsvorsitzender und jetzt habe ich ein anderes Leben. Das ist auch natürlich nicht mehr ganz so erquickend, wie es natürlich manchmal in der Zeit bei Bayern München war. Aber ich muss sagen, es war die richtige Entscheidung. Und man darf nicht vergessen, ich bin 66 Jahre in der Zwischenzeit und ich finde, es läuft alles gut bei Bayern München. Es war der richtige Moment und dementsprechend alles gut.